Musik Ja, hallo zusammen und willkommen zum vorletzten Türchen des diesjährigen Adventskalenders. Jo, ich habe dafür was, zumindest für mich, wirklich sehr, sehr Besonderes ausgesucht, nämlich A-Type Final. Ja, ein Spiel, was 2003 für die Playstation 2 erschienen ist. Ähm, A-Type ist generell eine Reihe, die schon seit, boah, Ewigkeiten im Umlauf ist. Hatte ich damals auch für ein Amiga gespielt und allem drum und dran. Neue Datei. Ist eigentlich auch jetzt kein Spiel, was man so für, ich sag mal, ein kürzes Video mal zeigen sollte, könnte. Ähm, bietet aber so einige Besonderheiten, weswegen ich mir gedacht habe, komm, ich zeige euch das mal. Vielleicht hat der eine oder andere dann ja auch Bock, das mal zu zocken. Ähm, ja, ich kann ja erstmal grundsätzlich was zum Gameplay sagen. Also A-Type gehört eigentlich immer zu einer Spielereihe, die echt knackig, übelst mega schwere, ja, Raumschiff-Shooter, Sidescrawler 2D, ähm, ja, rausgebracht hat. So im Sinne von, da gibt's ja für bekannte Sachen halt Galaga und so ein Gedöns, ne. Wobei das war, glaube ich, eher der R-Vertiker, das ist aber eher jetzt ein horizontaler Shooter. Ähm, ja, und A-Type Final sollte, glaube ich, damals das letzte Werk werden von, von Iron, was die A-Type-Reihe betraf, deswegen auch der Name A-Type Final. Äh, und da haben sie nochmal wirklich alles gegeben. Also erstmal, das ist jetzt nicht nur ein Remake von alten Teilen, sondern, ich fange jetzt auch einfach mal an, äh, es sieht super aus, finde ich, ne. Also dreidimensional alles und dann auch schöne Bewegungen während des Fluges, obwohl es halt, ich sag mal, eine vorgegebene Strecke ist. Jetzt haben wir auch die Auswahl zwischen drei verschiedenen Schiffen schon mal. Ich nehme einfach mal das Standard-Moped hier, zack. Man kann sich auch noch ein bisschen customisen, ne, man kann hier die Farben aussuchen, wie man lustig ist. Das sind jetzt nur Spielereien. Dann nehmen wir die schwarz-rote Kombination. Zack. Dann kann man hier auch noch sich aussuchen, was für Raketen man nimmt. Wir haben jetzt hier für das Schiff nur zwei freigeschaltet, ne, und da kommt es nämlich schon, haha, also einmal eine Bombe oder eine Homing-Missile. Ja, wir nehmen die Raketen. Und wir können uns ein Bit aussuchen, der dann auch noch mal, äh, produziert feine schadende Spuren. Häufigst verwendete Bit. Äh, wo wir dann auch jetzt schon mal zwei Möglichkeiten haben, aber wir sehen, aha, da kann man noch einiges weiteres freischalten. Und genau das ist nämlich so eine Sache, die mich, wir nehmen mal, wir nehmen mal, wir nehmen Baby. Einfach nur, weil ich das schon seit Ewigkeiten immer gespielt habe. Ne, das ist auf jeden Fall eine Sache, warum ich auch, ähm, ja, so darauf erpisch bin, ne, beziehungsweise das auch so geil finde. Ne, weil man kann ja so viele Sachen freischalten und kein Spieldurchlauf ist wie der letzte. Also ich kann es ja mal kurz erklären, wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen ballere, weil das, was ihr jetzt sehen werdet, ne, das, was ihr jetzt ganz normal sehen werdet, ist einfach nur stumpfsinnige, mehr oder weniger stumpfsinnig, ist natürlich auch Ansichtssache, äh, Ballerei, ne, also von links nach rechts, äh, ein bisschen schwierig, hier und da muss man mal ein bisschen aufpassen und alles. Generell von der Spielegeschwindigkeit ist es relativ langsam für ein Spiel dieses Genres. Ich kann erst mal nochmal zeigen, was wir alles können. Wir haben einmal unseren normalen Schuss, ich finde das jetzt schon so geil aus, diese Partikeleffekte und so, ne, den man halt so schießen kann, dann gibt es immer hier ein kleines Upgrade, ne, um jetzt immer ein bisschen stärkeren Schuss. Wir haben dann auch die Möglichkeit, unseren Schuss aufzuladen. Ich hab bis zu drei Stufen, oder bis zu zwei Stufen, das ist auch immer vom Schiff abhängig. Hier so zum Beispiel, kann man die fetten Viecher gut kaputt machen. Fums! Hehehehe. Und dann haben wir auch noch die Möglichkeit, mit Hilfe unseres Mopeds, was wir da vorne haben, okay, das ist jetzt schon die höchste Stufe. Ja, super. Wir können das nämlich, äh, abschießen. Und wenn ihr jetzt mal nach unten links schaut, sieht man, da steht jetzt Dose 3,9%. Bedeutet im Endeffekt, das Ding ist jetzt zu 3,9% aufgeladen. Und, äh, gut, jetzt zu 6%. Äh, halb so wild. Und das Coole ist an dem Gerät, wir können dann auch an unseren Arsch pappen, wenn wir Bock drauf haben. Pschungs! Ja, hau ab! Rade! Los! Achso, wir haben noch ein zweites Upgrade eingesammelt. Das hier ist übrigens fast schon der beste Schuss. Äh, ich muss so viel erzählen, ich kann aber nicht. Jetzt weiß ich zum Beispiel, dass die Gegner jetzt von hinten kommen werden, deswegen hab ich das Ding mal nach hinten geballert. Ja, auf jeden Fall, die sind 17,7%. Wenn wir da 100% erfüllt haben, das heißt, das bringt auch was ein bisschen riskanter, mit der ganzen Geschichte umzugehen. Und, ähm, ja, halt ohne Schutz quasi, weil sie sammelt auch die Schüsse einer Gegner, äh, zu agieren. Weil wir dann nämlich irgendwann voll die Mega-Bomben-Attacke freigeschaltet haben. Aber natürlich erst, wenn die 100% unten links erreicht sind. Wir können auch noch schon ein bisschen was nehmen. Äh, achso, okay, die sind jetzt hier in diesem Moment, sind sie zwar praktisch, die Dinger, klar. Zzzzzzt. So, hehe, 30% haben wir schon mal. So, jetzt kommt's eigentlich, was ich euch erzählen wollte die ganze Zeit schon. Und zwar, gibt's hier natürlich auch Bosse. Bosse sind eh immer geil in solchen Spielen. Und, ähm, was auch noch dazukommt, je nachdem, wie wir uns in den verschiedenen Leveln schlagen, was für einen Schwierigkeitsgrad wir auch angewählt haben, sind die Level immer unterschiedlich. Das heißt, es gibt, ich weiß nicht, ob's bei jedem Level so ist, aber im Zweiten ist es definitiv so, ähm, pro Scheiße. Ich bin gestorben. Es gibt pro, ähm, ja, Schwierigkeitsgrad immer nochmal, oder pro Level immer andere Pfade. Dass man hinterher auch andere Bosse bekämpfen muss und so. Und je nachdem, welchen Pfad man erreicht, gibt's da natürlich noch andere optionale Sachen, die man machen kann. Und je nachdem, was für optionale Sachen man gemacht hat, ist, dafür schaltet man zum einen für die Schiffe unterschiedliche Goodies frei, dass man natürlich jetzt, dass ich dann hier jetzt hier, statt dem Ding, was ich jetzt hab, ne, vorne, keine Ahnung, jemand machen kann, was dann, pff, den Gegner scannt oder sowas, zum Beispiel. Und, ähm, was auch noch dazukommt, ist, dass wir auch noch die Auswahl zwischen grundsätzlich 99 unterschiedlichen Schiffen haben, die wir alle freischalten können. Und das war so eine Sache für mich. Alter, für so einen Teil sind unser Ding übrigens aufgeladen. Für so ein Spiel, also für ein Spiel diese Art, so einen Umfang rauszuballern, wo man so viel Scheiße machen kann und dann echt, egal was man macht, dass es immer irgendwas bringt, äh, das ist echt eine coole Sache. Und vor allem schaltet man dann hinterher Schiffe frei, die das Freischalten der anderen Schiffe zwar vereinfachen, aber, ähm, grundsätzlich im Kampf echt benachteiligt sind. Also, dass die dann irgendwie halt solche Scanner-Funktionen haben, wie ich das schon gesagt hab, dass man dann zum Beispiel Hinweise hat über Gegner, die man dann freischalten kann, wodurch man dann auch wieder weitere Schiffe freischaltet. Ähm, dafür haben die aber echt eine Feuerkraft wie, was weiß ich, Wattebauschen oder sowas, ne? Und das ist halt so eine coole Sache gewesen. Das hat so viel Tiefgang, das Spiel. Aber das wollte ich euch einfach nicht vorenthalten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das viele Leute von euch, äh, viele von euch überhaupt gespielt haben und überhaupt kennen. Und überhaupt gereizt, äh, hat. Also mich reizen solche Spiele eigentlich immer. Hoffe ich heutzutage noch sowas sehe, dass sowas rauskommt. Ähm, da sieht man auch hier diese vier roten fliegenden Dingern um meinen Moped vorne drum. Bedeutet, okay, die Waffe ist aufgeladen. Ja. Und ich selbst hab noch nie alles von dem Spiel gesehen. Bei weitem nicht. Ich hab das, äh, durchgespielt. Ich hab das auf Einfahrt durchgespielt. Ich hab das auf Baby durchgespielt. Und, ähm, hab dann immer andere Schiffe genommen, weil, um halt mit anderen Schiffen frei, äh, andere Schiffe freizuschalten, das zeig ich euch dann gleich auch noch, äh, muss man halt auch mit den Schiffen eine entsprechende Erfahrung gesammelt haben und so. Und, äh, also dann irgendwie, weiß ich nicht, tausend Gegner töten, irgendwas so in der Richtung. Das ist jetzt einfach aus Luft gegriffen gewesen, das Beispiel. Oder eine gewisse Anzahl an Punkten Erreichungen mit den Schiffen. Ja, und das ist halt einfach eine coole Sache. Das ist aber so viel gewesen, dass ich mir irgendwann gedacht hab, nee, dann kriegst du nicht hin. Aber wenn man das von, von Schwierigkeiten, gerade so Schwierigkeiten kann, man kann ja wirklich mit dem allereinfachsten anfangen, dann schaltet man schon genug frei. Äh, und dann halt immer nach und nach die Level dann lernt. Das ist halt echt schon eine richtig geile Sache. Also mir hat das richtig Spaß gemacht, das Spiel. Und da würde ich mir auch echt wünschen, ne? Wenn sie da jetzt nochmal Bock hätten, davon auch nochmal ein Remake rauszubringen. Oder halt, so wie sie es halt dann auch schon des Öfteren gemacht haben für die Playstation 4. So ein Spiel mit Trophäen. Alter Vater. Weil ich immer gerade natürlich Trophäensammler und sowas, ne? Weil das ist dann richtig so, dass man auch belohnt wird für die Arbeit, die man da investiert. Und dass man auch mehr oder weniger gezwungen ist, mit allen Schiffen oder mit den meisten Schiffen auch zu spielen und alle Funktionen mal zu verwenden. Und sowas find ich immer richtig cool. Weil wenn man mal bedenkt, wie viele Spiele es gibt, wo ich mir jetzt zum Beispiel selbst ja auch schon oft genug gedacht hab, okay, du hast jetzt so viele Möglichkeiten und benutzt nichts davon. Ich zeig euch jetzt mal bei dem Boss mal kurz die Dreieckattacke. Oh, scheiße. Ganz schön knapp. Ich glaube, wir lesen mal einen Schuss. Was? Hat mich denn da jetzt getötet? Das hab ich jetzt nicht gerallt. Entschuldigung. Ah, man kann... Stimmt, man kann auch seine Bedingungsgeschwindigkeit anpassen. Richtig. Mit L2 und L1. Richtig. Das hab ich total vergessen. Stimmt. Gab's ja auch noch. Ich wusste doch, weil es kam irgendwie so langsam vor, alles. Also zur Steuerung übrigens, wenn man einen Kreis gedrückt hält, hat man dann quasi so eine Art Dauer vor, dass man nicht die ganze Zeit dem Knopf zuspammen muss. Mit 4 kann man den Schuss aufladen. Ist ja also eigentlich quasi die gleiche Funktion, nur halt als Einfachdruckgedöns. Mit X schießt man das Ding weg. Mit R1, L, R2 macht man gar nichts. Mit 3 macht man seine Superattacke, wenn man sie denn hat. Und mit L1, L2 kann man die Fluggeschwindigkeit des Schiffs beeinflussen. Ich kann mir vorstellen, dass für euch echt alles mega langweilig aussieht. Aber ich find das Spiel echt mega. Sie es da für eine Mühe gegeben haben, da echt so ein bisschen Inhalt reinzubringen. Und Content reinzubringen. Und das haben sie geschafft, meiner Meinung nach. Und zwar richtig gut sogar. Ja, da kann ich mir doch nicht erinnern. Ich glaub, hier oben bin ich sicher. Ich glaub, hier oben bin ich sicher. Auch wenn einer ziemlich knapp wird. Genau. Der Letzte, der ist nämlich fies, der da kommt. Mach auf das Dingin! Zeig mal dein hässliches Fressbrett. Okay, ja, das ist halb so wild. Weil ich hab unglücklicherweise so einen geilen Bit. Es gibt auch zum Beispiel Bits, die dann auch mitschießen können und so. Und da geht er down! Da geht er down! Ja, wunderbar. Ja, kann ich jetzt leider nicht wegdrücken. Ah, passt schon. Genau, dann kriegen wir am Ende dann immer noch mal so ein kleines Endrating. Und dann steht dann auch gleich noch mal, dass wir irgendwas freigeschaltet haben bestimmt. Das ist es, neulang. Neuling. Jäger erhalten. Zack. Neuling. Noch einen zweiten Jäger erhalten. Und das ist das zweite Level. Und das ist super interessant, weil, wie gesagt, gerade das Level, dann ist mir erst rausgekommen oder, ähm, aufgefallen, dass es hier unterschiedliche Wege gibt. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier auch schon unterschiedliche Wege gibt. Also ich bin in keinster Weise darüber informiert, ob ich jetzt hier alles vom Spiel gesehen habe oder nicht, weil es war eigentlich sehr stark zu bezweifeln. Ähm, aber, oh, scheiße. Das war dumm von mir. Ne, wir machen mal kein Continuum. Weil ich möchte euch jetzt auch nicht so viel vom Spiel vorwegnehmen. Weil so ein Level dauert halt, wie wir ja schon gesehen haben, ein paar Minuten. Äh, aber das Coole ist, man sieht dann nämlich hier im Level irgendwann eine Schlange rumfliegen, mit der man im Level sonst nichts mehr zu tun hat. Wenn man aber auf einer Schwierigkeitsgrad spielt und dann den anderen Pfad entlang fliegt, ist die Schlange nämlich der Endgegner. Und das habe ich nämlich mal in der Spiegelzeitschrift gesehen. Ich habe mir gedacht, wie kann das sein? Ich habe den Tee noch gar nicht bekämpft. Und das war geil. So, da gibt es ja noch irgendwie einen KI-GG-Modus, irgendwas. Das ist, glaube ich, so eine Art Strategiespiel. Also, dass man dann, ähm, quasi so in Final Fantasy-Manier die Schiffe gegeneinander kämpfen lassen kann. Dass man selbst eine kleine Strategie dann anlegen kann und sowas. Genau. Ob das irgendwas bringt, weiß ich nicht. So tief war ich noch gar nicht im Spiel drin. Obwohl ich dann bestimmt schon 30 Stunden gespielt habe oder so. Punktangriff, klar. Da kann man sich dann nochmal ein paar Punkte besorgen. Äh, Pilotwahl, da kann man sich nur das Profil auswählen. Titel. Total gibt es auch, mein Gott, okay. So, aber hier ist das Entscheidende. Nämlich, zum einen, äh, das Air-Museum. Wie man jetzt schon gleich sehen kann. Ähm, wie gesagt, 99 Schiffe gibt es zu holen. Komm, mach fertig. Ja, aber da muss ja natürlich erstmal ein bisschen lang. Es hat so ein bisschen Gran Turismo-Feeling jetzt gerade. So mit der Musik auch und so, ne. Willst du in unsere Garage gehen. Und man sieht, das ist nur der Anfang, ne. Und ich weiß jetzt nicht, irgendwo stehen auch immer noch Tipps oder irgendwas sowas. Genau, wir merken hier zum Beispiel, das kann man sich durch ein Passwort äh, anzeigen lassen. Ich weiß nicht, wie man an die Passwort rankommt, ob es die Ingame gibt oder nicht. Was ist das hier? Uuuh. Okay. Achso, das sind die verschiedenen Waffen, die wir da noch haben. Genau, ja. Guck mal, jetzt haben wir hier zum Beispiel schon eine weitere Waffe freigeschaltet. Wir hatten letztes Mal nämlich nur die Tiefenbombe und die Zielsuchende Rakete und jetzt haben wir noch die Streubombe freigeschaltet. Weil wir wahrscheinlich ein Schiff freigeschaltet haben, was sie schadenmäßig mit sich bringt. So. Hier zum Beispiel, bestimmte Etappe muss abgeschlossen werden, ne. Das ist dann erstmal easy. Kampferfahrung ist erforderlich, das heißt, wir müssen mit diesem Gerät weiterfliegen, damit wir das dann freischalten können. Hier zum Beispiel auch ein Passwort. Kampferfahrung, Vorgängermodell, bestimmte Etappe muss abgeschlossen sein. Kampferfahrung erforderlich, Kampferfahrung erforderlich. Und das ist halt so eine Sache, ne. Und das hier ist nämlich ein ganz interessantes Teil, Midnight Eye. Äh, fungiert auf den Ausbasen von zum Beispiel Pluto als Patrouillen ein, hat der primäre Zweck, ist die Datenbeschaffung. Daher nur leichte Bewaffnung. Und das ist nämlich genau so ein Ding, mit dem kann man dann halt die Gegner scannen. Und wenn wir das nämlich tun, einen Moment, ja, ja, Return to Hunger, auch wenn der Rest deutsch ist. Ne, haben wir gerade noch als Auswahlmenü das Büdo Museum, glaube ich, gesehen, oder wie das hieß? Nein! Ja, Menü. Ich hab vergackt, es tut mir leid. Es gibt ja auf jeden Fall so viel zu sammeln und so viel Fanservice und ich stehe auf so eine Scheiße einfach. Ist so. Genau, Büdo-Labor, wo wir dann nämlich die einzelnen Viecher alle, die wir dann schon kaputt gemacht haben, zum einen gesehen haben und unten seht ihr, das ist für mich ja eh immer tödlich, 8,6%. Und ich würde ja eh keine Ruhe geben, bevor da nicht nur 100 steht. Und wir meinte Transporter für den Transport von Kristallen aus Kraftenergie, genau. Und da sieht man dann zum Beispiel auch, wenn wir dann nämlich, ich sag mal, das Spiel durchgeschafft haben, dass hier zum Beispiel in Stufe 1 sehr viel vorgekommen ist, weil ich das natürlich nur gespielt habe, und das wird sich dann immer weiter ausbreiten, je weiter ich dann spiele. Die Kristalle sind keine Ziele für die Bido, daher wird die POW-Rüstung niemals angegriffen. Ach, das ist doch gelogen. Für mich sind sie gut. Es gibt halt ein ziemlich langbeiniger Vogel. Ich will einen langbeinigen Vogel haben. Da. Und man sieht auch, ähm, links neben der 13 ist so eine kleine, ähm, ja, Fortschrittsanzeige. Das schätzt man, wenn die voll ist, habe ich dann auch mehr Infos als das Bild, was ich da jetzt sehe. Und auch da sieht man, die laufen da nur im Hintergrund rum. Und genau, hier habe ich die Schlange nämlich entdeckt gehabt. Richtig, richtig. Oh, da kriege ich auch richtig Gas jetzt, das Spiel zu spielen. So eine Scheiße. Oh Mann. Okay, ich höre sie auf. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch nur das Spiel auf jeden Fall mal vorstellen. Ich finde es mega geil. Ihr habt jetzt direkt wieder Bock bekommen, die Scheiße hier verhicht zu machen. Man hat ja natürlich noch andere Statistiken. Aufzeichnen des Krieges, dann ist es dann Spielzeit und sowas wahrscheinlich. Und ich finde es einfach super. Die müssten davon ein Remake rausbringen. Belobigung anzeigen. Ach so, hier, genau, Etappe 1.0 entdeckt und dann sind da zwei, komischerweise zwei Sachen nämlich frei. Und dann habe ich nämlich die 2.2 entdeckt, Etappe 2.2. Es gibt dann also auf jeden Fall noch einen 2.1, vielleicht noch einen 2.0 und da gibt es so viele andere Scheiße. Ja. Ich finde es gut. Ja, ich hoffe auf jeden Fall euch das Spiel auch ein bisschen gefallen. Vielleicht habe ich den einen oder anderen ja dazu veranlasst, sich da mal in das Spiel reinzugucken. Ich denke mal, es wird es auch im Playstation Store geben, für wahrscheinlich einen Fünfer oder so. Auch auf Ebay habe ich geguckt. Also jetzt nicht geguckt, aber ich habe das Spiel noch gar nicht so lange in meiner Sammlung. Also habe ich mir jetzt noch vor ein paar Monaten nachgekauft. Das war auch nicht teuer. Ich weiß nicht, 12 Euro oder so. Hielt sich also auf jeden Fall in Grenzen. Und die Spielzeit, die das Spiel bietet, aber das ist ja auch trotzdem eine Sache. Das kann man mal reinlegen. Ich glaube, man muss das nicht am Stück durchspielen. Das sind glaube ich auch nur sechs oder sieben Missionen halt in zig Variationen dann. Aber das kann man dann wirklich mal so zwischendurch mal reinballern und so und dann einfach ein bisschen die Monster erforschen weiter. Oder dass man hinterher auch gezielt sagen kann, okay, ich nehme jetzt mein Erkundungsschiff und mache genau dich jetzt fertig. Oder dass man dann hier und da mal ein Level spielt oder hier ein bisschen KI-Gegenmodus spielt. Ja, ich finde, das bietet einfach so viel Inhalt, so viel Tiefgang. Auch einen leicht philosophischen Aspekt mit den anfänglichen Sätzen immer, weil man sonst eigentlich nicht viel über die Geschichte erfährt. Und ja, also ich finde auf jeden Fall, das ist ein Hammer-Spiel. Und hoffe, dass ich den ein oder anderen vielleicht auch davon überzeugen konnte, sich das zumindest mal anzuschauen. Gut, das wäre es auf jeden Fall vom vorletzten Türchen. Morgen gibt es jetzt das Grand Finale. Lustigerweise zum Aufnahmezeitpunkt habe ich noch keine Ahnung, was ich morgen machen werde mit euch. Aber mir wird schon was einfallen. Da habe ich doch ein bisschen Zeit. Also, dann wie gesagt, danke fürs Zuschauen und vielleicht bis morgen zum letzten Türchen. Also, bis dahin. Tschüss, tschüss.